Was macht er, Alter? Noch wird gelacht. Gleich wird scharf geschissen. Ja. Jetzt sind wir wieder am Flennen. Was ist denn hier? Und wieder diese Soundbugs. Ich denk dran, Skeffs brauche ich, ne? Ja. Es wuckelt irgendwie. Gehen wir mal kurz looten. Kondens. Da gibt's aber nichts. Gibt's aber was? Okay. Okay. Irgendwie wuckelt das hier. Ich versteh das nicht. Ja. Mensch, was häng ich denn hier? Ach, ein Autoreifen. Oh, da ist einer. Ich weiß nicht, ob es ein Skeff war. Vorne links quasi. Das heißt, der wird jetzt hier am Haupteingang vorne rechts kommen. Ja, ist ein Skeff. Warte, ich hol ihn mir. Achso. Oh, du Idiot. Warum bleibst du nicht stehen? Jetzt muss ich wieder hinter dir herrennen. Alter! Hat der mich zusammengeschossen? Ja. Flicke dich. Boah, krass, ey. Übel hat der mich erwischt. Ich will ja mal hochklettern, wo Pastille immer hochrennt. Komm er ja nicht hoch, Alter. Hä? Kommt der Tata hoch? Melzernbübel. Fällig auf dem. Oja. Ich bin jetzt rumgefallen. Jetzt hab ich genau das da mal. Fällig auf dem. Bist du nur zu doof, Alter? Ich brauch eh noch eine Weile. Scheiße, der lebt noch. Spieler! Tote, oder? Ja. Achtung, ich bin rechts, am Zaun. Hier ist noch einer. Wo? Links von uns. Er läuft jetzt dort zum Gebüsch, wo das Kaff drin liegt. Ich hau eine Granate hin. Liegt. Wo bist du? Ich bin links im Gebüsch. So nah an der Bushaltestelle. Der ist weggerannt, ich hör den irgendwo rennen. Achso. Brennst du? Okay. Ja. Ich bin rechts von dir hinterm Radwagen. Ja, das war ein Spieler hier. Oh, geile Wumme. Ey, meine Marke, glaub ich, hab ich den nicht unbedingt. Den ja. Achso. Warte, ich leg's dir wieder rein. Nee, nimm ruhig. Boah. Nee, nimm. Nee, nimm. Ganz, ganz, ganz. Ich kann ihn leider nicht mehr nehmen. Nimm du mal den Rest. Ich will jetzt ungern hinter die Mauer. Der wird da wo sein, der Typ. Ich schätze mal, der wartet im Drogenlabor auf uns. Naja, den muss man halt unschädlich machen. Willst du wirklich rein? Ja. Wir können ja von der anderen Seite mal ran. Aber es wird, glaub ich, alles nicht so... Wird nicht viel besser, die Situation. Ja, rasch. Find ich das? Da vorne ist ein Scaff am Auto. Warte, ich komm mal zurück. Hat er auf dich geschossen, der Scaff? Ah. Nö, nö. Mann, 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 Mann. Da waren doch noch andere Spieler, oder? Haben doch noch andere auf den geschossen? Ich weiß nicht. Ich lieg hier grad nicht durch. Wo bist du jetzt? Ich gucke hier am Gebüsch. Macht der Mann nicht so einen Lärm? Ne, ich geh auch mal ins Gebüsch. Hm? Oh, hier kommt einer. Oh, hier kommt einer. Oh, hier kommt einer. Hast du den? Ich hab einen. Hm? War das ein Spieler? Ich glaube, ja. Warte, ich geh schnell nachladen. Und draußen vorm Tor hab ich noch einen Scaff gehört. Okay, ich check das mal mit dem Scaff. Ja, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Oh, 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 oh. Wo ist der Typ? Oh, da ist irgendwo ein Spieler. Ich hab richtig was abgekriegt. Kannst du den Scaff erledigen? Ja. Warte. Bring ich mich grad am Seifen. Oh, Granate. Oh, Granate. Oh. Oh, Alter hat mich das erwischt. Scheiße, der Idiot. Ist der tot? Ja. Wahrscheinlich nicht. Hä? Was machst du, der Idiot? Was ist denn da los? So. Ist er am Stadler gerade hängen geblieben? Ich wege es nicht. So, ich hab jetzt noch 24 Schuss. Hä? Da hinten rennt doch. Hä? Was macht er, Alter? Ich hab jetzt keine Muni mehr. Warte, ich hau dir welche hin. Die Fort BT, ne? Wo bist du? Ich bin hier drin, aber nicht zu mir gekommen. Nicht, dass sich einer sieht und hier eine Granate reinfeuert. Ich komme gleich wieder raus. Warte. Hier in der West ist Munition. Ich gucke mal vor zu dem, den ich erschossen hab. Warte. Brauchst du die Magazine oder was? die waren doch für deine knacher wo sind seine knacher ich habe jetzt auch keine granaten werden nicht wo ist der scheiß käft hin ich hoffe tot ich habe mir dann noch eine granate hinterher geschmissen ich habe den übel erwischt der muss doch tot sein da ist bestimmt doch tot also die granate vor dem zauber ach hier liegt er tatsächlich hat er die knacher mitgenommen ja aber was für einer also ich würde jetzt gern irgendwie raus aus der ganzen geschichte was haben wir denn für exsitz zb 13 zb 1100 1 das wäre super wenn man das zb 1011 hier und rechts schon 10 11 dann kann ich nämlich noch den auftrag am wagon machen aber dann müssen wir jetzt zur drogenhöhle hinten raus oder soll ich die beste mitnehmen oder die body armor und dann richtung old guest station aber es wird einfach an der drogenhöhle vorbei also ich würde da gar nicht jetzt looten so noch mal wasseline nehmen dann waren das nicht mal jusex diese typen hier scheiße ich brauche noch zwei jusex ja einer davon der erste war jusex echt scheiße und der zweite auch ach so dann hast du die gekillt oder was und ich hab ja klar hab ich die gekillt hast du aber gesehen auf der marke sonst hätte ich mir ja die marken nicht genommen da ist der oh Alter ne übelst fette wester ne vierer body wester willst du mitnehmen ja dann greife zu ja hat offen sehr gut ja 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 naja ja guck ja 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 wir Meine Taschen haben wir nicht an, ich verstehe es nicht. Weil du aufs Laser umgeschaltet hast.